Wie kommt man auf den Campus? Bist du wirklich in Camille verliebt? Jetzt kommt die heftigste Frage. Hast du im echten Leben Kinder? Und hier hinter der Schule, kapiert? Wir regeln das von Angesicht zu Angesicht. In wen ist Amina verliebt? Mandy, küste... Wem? Bitte nimm mich zurück ins Team. Ich werde mich nie wieder so benehmen, ja? Verstehst du es nicht, Bubble? Wir nehmen keine Verräte zurück. Verräter! Bitte, nimm mich bitte zurück. Also, Ponca, was machen wir mit denen da? Ich habe Mitleid. Okay, Jammerlappen. Wir nehmen dich wieder ins Team auf. Aber nur unter einer Bedingung. Wenn die Abonnenten in den Kommentaren für dich stimmen. Danke, Leute. Ihr seid die Besten. Ich werde euch nicht enttäuschen, ehrlich. Verlierer, heute beantworten wir die Fragen unserer Abonnenten. Seid ihr dabei? Hoffentlich nicht. Was denkst du, Ponca? Sind wir dabei? Wir sind dabei. Wir schließen. Ja, du bist da! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.